Reicht zwei, äh vier, oh scheiße, ach, drei reichen. Dann, auf auf. Abba in a way. Mussten wir uns irgendwas merken? Ne, ne? Was meinst du damit, die Tür öffnet sich nicht? Hast du das Passwortversuch? 37959. Warte drei Sekunden zwischen den drücken, zwischen dem drücken. Ähm, was, warum können wir hier oben gucken? Was soll das heißen? Hier ist ein Eins, hier ist ein Diamant. Ich glaube, wir sollen unterbewusst Diamanten sammeln. Hier sind die Farben. Okay. Für die Schalter, die man drücken muss. 37959. Dann sag mal Farben. Okay, also. Grün. Hast du gedrückt? Nein. Willst du was machen? Hast du? Drei? Drei. Jetzt weiter. Blau. Eins, zwei, drei. Lila oder rosa? Rosa. Eins, zwei, drei. Orange. Eins, zwei, drei. Und wir rosa. Oh! Schnell durch! Ach, Leute. Muss ich das nochmal eingeben? Hallo. Ach, Leute. Was war das denn jetzt? Grün. Eins, zwei, drei. Blau. Eins, zwei, drei. Rosa. Eins, zwei, drei. Orange. Eins, zwei, drei. Rosa. Eins, zwei, drei. So. Och. Was war doch? Grün? Moment, was war drei? Warte, 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 warte. Grün, ja. Ist sie offen? Ach, du hast sie offen gemacht. Gut. Es ist zu hell in diesem Raum. Du musst es dunkler machen. Ja, hier ist es auch zu dunkel. Äh, zu hell. Wie ist? Benutze die, um die Lichter auszuschalten. Äh, schau hinter das Eis. Ach herrje. Oh, scheiße. So geht das ja. Blups. Huch. Blups. Ups. Oh, scheiße. Blups. Und hier noch. Eins Licht ist aus. Zwei Licht sind aus. Zack, wir können durch. Bevor du weiter gehst, sollte ich dich warnen. Es gibt kein Zurück. Sei bereit, wenn du die Tür öffnest. Sind wir, ne? Ich mein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich habe immerhin Schneebälle. Ja, wir sind bewaffnet. So ist es nicht gut. Ich habe einen Stock. Du hast Schneebälle unter dem Stock. Das kann schon passieren. Au. Das kann passieren. Ach, du Scheiße. Ja, der Raum ist voll von TNT. Wenn du nicht willst, wenn du nicht sterben willst, empfehle ich dir zuzuhören. Der Button zu deiner Rechten wird einen Impuls in die Masse von Kabeln schicken und das TNT entschärfen. Es ist dein Job. Äh, zerstöre und platziere die Kabel so, dass die Tür sich öffnet, ohne dass das TNT hochgeht. Äh. Direktion bevor du pressst, oh, du wirst sterben. Das ist der Output Post. Ich glaube, ich habe es. Drück mal den Knopf. Drück mal den Knopf. Nein. Okay. Nein. Oh, wie du tust das. So. Ähm. Ja, wir sollen jetzt die Red Stones weg, also das Red Stone wegmachen, was hier das TNT zündet, aber wie. Ja, genau. Hab ich's verstanden. Ich hätte es auch einfach gesagt, dass wir das weggemacht hätten, wo das vom TNT ist, aber so können wir es natürlich auch machen. Wir dürfen nur nichts Falsches drücken. Oder das TNT aktivieren. Ja, das wäre zum Beispiel was Falsches. Ich würde aber bei den, bei den Dingern hier noch, bei den, bei den, bei den, bei den Repeatern? Bei den Repeatern, genau. Äh, die Red Stones wegmachen, nicht, dass die auch noch irgendwie senkrecht. Ich drück. Soll ich mal drücken? Moment, Moment. Wenn sie uns gleich, äh, in den nächsten Raum sehen, dann haben wir es überlebt. Okay. Wenn nicht, schauen wir mal. Äh, warte mal, ich mach's jetzt ganz mutig hier, ich stelle mich jetzt vor die Tür und, Acht, drück einfach mal. Ich drück. Was ist denn der Impuls? Hast du gedrückt? Ja. Richtig feste? Äh! Jetzt. Ne. Normal. Vielleicht brauchen wir den Repeater. Weil hier ist einer hinter. Oh Gott. Warte mal, drück nochmal einmal, warte, 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 warte. Bis vorhin geht das. Ach stimmt, die gehen ja nicht so weit. Siehst du was, bis vorhin das geht? Drück nochmal. Ich mein, wir mal jetzt das ganze Red Stone oder so. Drück nochmal. Bis hier. Ich drück jetzt inside. Nochmal. Ich drück ohne Unterbrechung. Ja, dann warte ein bisschen. Sonst hängt sich das hier auf. Mach mal. Machen wir es einfach. Ähm. Ich müsste es gerne verbinden mit dem. Kann sein, dass es alles hoch geht. Ja. Soll ich ja? Ja. Kann sein, dass es jetzt alles hoch geht. Ähm. Scheiße, ne? Bist du rausgeflogen? Nein. Gut, sonst hätte ich dir gesagt, dass du die IP mal zumachst. Ähm. Ähm. Jo. Und jetzt? Wie in jedem guten Adventure muss es auch mal einen kleinen Cut geben. Ich glaube, da war noch nicht das Ende. Also, ähm. Ja. Wir sehen uns. Eicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das war mal hier der Raum, in dem wir vorhin alles zerstört haben. Also, ich alles zerstört habe. Ja, genau du. Ja, leider. Wir vergessen das einfach. Kann ja jedem mal passieren. Erinnerst du dich an das Spiel? Rotes Licht, grünes Licht? Naja, dieses Spiel funktioniert so ähnlich. Versuch nicht, ähm, nach vorne zu laufen, wenn das rote Licht an ist. Ähm, laufe auf eine Druckplatte, während ein rotes Licht ass... Ach, ich mag kein Englisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier auch sterben können. Ich lese es nochmal auf Englisch. Erinnerst du dich an, wenn es eine rechte Licht ist. Steppen auf eine Pressureplatte, während einer roten Licht wird die Exit-Tor und du musst es wieder versuchen. Okay, und hier geht's los. Wir sollen da drauf gehen, äh, bis das Licht aufhört. Äh, ja, zu blitzen. Sonst wird sich die Endtür nicht öffnen. Äh, it should not be flashing. Nein, das flasht gerade nicht. Also, wir drücken einmal drauf und dann gehen wir jetzt runter. Warte mal. Steppen auf eine Pressureplatte, während einer roten Licht wird die Exit-Tor und du musst es wieder versuchen. Guck mal, wo ich bin. Hier, guck mal. Das ist einfach, damit wir es normal machen können. Ja, super, mach mir die Tür auf, vielleicht. Achso. Ja, du kannst auch da unten her gehen, aber... Jetzt melden wir mich hier so ein bisschen an den Walk of Shame bei diesem einen Level. Hier, guck. Haha. Hier werden wir ausgelacht. Ich glaube, ich habe Verzögerung. Was müssen wir jetzt... Hä? Wo? Achso. Wir sollten uns auch ein bisschen beeilen. Was ist das? Das ist ja alles voll kompliziert hier. Wir sollten immer warten. Die Tür ist zu. Hier, da war auch noch sowas drin. By the way, you are allowed to break wool. Achso, jetzt dürfen wir auf einmal Wolle kaputt machen. Ja, ist klar. Was war das denn? Ich sehe das nicht. Wo ist es denn? Achso. Hier so ein Ofen-Minecart. Da war auch noch Kohle drin. Soll ich das vielleicht da hinstellen? Das kann sein. Aber wir können auch einfach hier durch. Also, nein, können wir nicht. Hier stehen noch was. Aber hier ist Wolle. Aber das hilft jetzt auch nicht viel. Dann müssen wir wahrscheinlich die Tür öffnen, ne? Ja. Gehe ich mal ganz von aus. Sollen wir jetzt einfach das... Hier wird doch gerade nicht offen. Ja. Gerade. Jetzt fahr los. Fahr los, Wagen. Fahr. Wieso fährt er jetzt nicht? Hast du Kohle drin? Ja. Fahr jetzt endlich. Mann. Schnell, schnell, schnell. Ach, scheiße. Wir müssen hier rum. Oh, so. Und immer Hebel betätigen. So, das sind hier wie ganz viele tolle Schilder. Fahrt zerstören und aufhören zu klicken. Platziere Minecarts in die Ortur zu öffnen. Du musst sie durchpushen. Okay. Panischen wir die mal durch. Das Minecarts nicht, äh... Homanen. Oh, you will. Au, 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 au. Trotz da nicht rein, ich steht da. Do not write Minecarts. Ja, stimmt. Ja. Ja, war meck'n dir, ne? Kannst du mich irgendwie kaputt machen? Ich schubsen. Okay. Bist du kaputt? Ja. Das wollte ich erreichen. Hallo? Okay, jetzt... Was? Was? Ah, geh weg. Schuck mal, geh mal weg. Hast du gepusht? Warte, warte. Hast du jetzt alle meine Sachen? Nein. Das ist Blacktick Decken. Stamm. Da hier, guck, 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 guck. Bleib da stecken. Das ist vielleicht wegen meinen Sachen. Das ist, glaube ich, kaputt gemacht. Ah, was hast du mir gedacht, für den Moment geducht. Ja, die Wolle habe ich da hingemacht. Warum? Ähm, wir müssen es aber immer noch... Funktioniert ja super. Ja, es wird ja auch funktionieren, wenn ich nicht so ein Mist gemacht hätte. So, jetzt geh mal weg da. Die Map funktioniert ja, da habe ich keinen Zweifel. So, jetzt nehme ich mal meine Sachen hier weg. Und dann probieren wir es nochmal. Tatsächlich. Amnächst pushen wir es halt, das nächste da rein. Bis halt alle drin sind. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? So, äh, die Minecarts müssten hier oben auftauchen. Ne, das nächste hier für dich. Warte mal. So. Gucken wir einfach mal, was passiert. So, kann man auf den Weg gehen? Da hinten hängt es irgendwie. Dann muss ich mal wieder gucken gehen. Geht doch weg. So. So sollte es gemacht werden. Aber guck mal, hier sind Diamanten. Ich schieb euch. Nicht gegen spielen. Hä, ist nicht eins schon angekommen? Da oben ist auch eins. Minecarts steht da. Ich mein Karts. Ach so. Ah Gott, die sind wieder so gut. Nächstes Mal wird es dann nicht mehr so illegal wie jetzt. Das ist es noch nicht mehr so gut. Ich bin, 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 ich bin. Ich bin, 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 ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017